Die Top 5 Küchenaccessoires, unsere Empfehlungen. Los 5 Mejores Accessorios de Cusina, Nuestras Recomendationes. Ich bin begeistert von den War Modern Untersetzer Gläsern. Das 18er Set aus Filz, das für Tassen, Bars und Gläser geeignet ist, lässt sich wunderbar waschen und wiederverwenden. Die runden Untersetzer mit schöner Deko sind nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker auf dem Tisch. Mein Glas bleibt perfekt stabil und die Oberfläche des Tisches wird nicht beschädigt. Ich kann die War Modern Untersetzer jedem empfehlen, der eine stilvolle und praktische Lösung für sein Getränkezubehör sucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Vortec Flaschenöffner mit Auffangbehälter. Er ist perfekt für den Gebrauch in der Bar, Küche oder sogar beim Camping. Das Auffangbehälter ist sehr praktisch und hilft dabei, den Kronkorken schnell und einfach zu sammeln. Der Flaschenöffner liegt gut in der Hand und macht das Öffnen jeder Bierflasche zu einem Kinderspiel. Es ist auch ein tolles Geschenk für Männer und Bierliebhaber. Ich würde diesen Flaschenöffner auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie nach einem langlebigen und praktischen Werkzeug suchen. Ich habe den Metalltex 364.202.095 Silos Eckschrankeinsatz gekauft, um meine Küchenschränke besser zu organisieren. Der Einsatz hat zwei Etagen und misst 25 x 25 x 19 cm. Er passt perfekt in die Ecke meines Schranks und ist weiß, was gut zu meinem Dekor passt. Ich liebe, wie er herauszieht, um den Zugang zu den Dingen zu erleichtern, die ich aufbewahre. Es ist großartig, dass er auch als Halter für meine Tassen und Teller fungiert. Ich liebe den Metalltex 364.202.095 Silos Eckschrankeinsatz und empfehle ihn jedem, der seine Küche ordentlich und organisiert halten möchte. Ich habe den Blue Ginkgo Siebkorb über der Spüle ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Der Korb ist ausziehbar und passt perfekt über meine Spüle. Ich kann damit problemlos Obst und Gemüse waschen oder gekochte Nudeln abtropfen lassen. Der Korb ist gut verarbeitet und sieht mit seiner schwarzen Farbe auch noch stylish aus. Er ist ein praktisches Küchenutensil und ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin wirklich beeindruckt von dem Schwarz-Küchenrollenhalter ohne Bohren. Dieser Rollenhalter ist sehr einfach zu installieren, da er selbstklebend ist und somit keinerlei Bohren erforderlich ist. Der Halter ist praktisch und platzsparend, da er unter dem Schrank in meiner Küche angebracht werden kann. Außerdem ist er sehr stabil und hält die Küchenrolle sicher an ihrem Platz. Die Qualität des Produkts ist hervorragend und ich kann es nur jedem empfehlen, der nach einer effizienten und kompakten Lösung zur Organisation seiner Küchenrolle sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.